Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Ja, wir haben in der letzten Folge ein bisschen Getreide angebaut. In der Hoffnung, dass es relativ schnell wächst, dass wir Nahrung bekommen und damit wir Schweine züchten können oder Schafe. Mir ist das eigentlich relativ wurscht. Hauptsache es kommt Fleisch in die Bude. Na komm. Oh, das war mein Fehler. Ja, die zweite Folge Minecraft in dieser Woche. Es geht so allmählich vorwärts und jetzt stoßen wir hier schon wieder auf Granit. Hier ist aber auch nichts, ne? Es ist unfassbar kein Eisen, kein gar nichts. Das hier, das hier, noch eins weiter und dann geht's hier. So, na schön. Wo ist denn? Och, ich hab doch auch eine gemacht gehabt. Wo ist denn jetzt schon wieder meine... Ach, nervt mich das schon wieder ab, gell? Müssen wir hier wieder hoch. Gucken, vielleicht ist auch schon wieder Tag. Ich weiß es nicht. Nein, es ist nicht. So. Es wird Zeit, dass wir jetzt mal hier so ein... Ah, schon wieder einen Erfolg freigeschalten. Ich hab das doch alles. Ich hab... Also... Glück auf, na dann. Ähm. Es wird Zeit, dass wir jetzt mal Eisen hier finden, weil Eisen, die Gerätschaften, die halten einfach länger. Und... Ah, Kohle. Aber das ist halt nicht das, was wir wollen, ne? Ich hätte gern Eisen, wenn's geht. Aber Kohle ist auch in Ordnung. Man muss ja alles mitnehmen, was geht. Vor allem, weil wir Kohle für ziemlich viel brauchen, um, ähm, Glas zu machen, um dann später Eisen zu schmelzen, und so weiter und so fort. Und natürlich ist unser Ziel, irgendwo in eine große Höhle zu kommen, wo wir dann auf so ziemlich alles stoßen werden. Weil, das spätere Ziel ist ja auch, dass wir in den Neta gehen. Sag mal, jetzt seh ich hier zu wenig. Ah, hier ist wieder einiges an Kohle. Das ist sehr schön. Ah, hier ist auch nochmal Kohle. Haben wir hier noch was? Äh, nein. Gut, dann gehen wir hier mal weiter. Einfach, weil's Spaß macht. Ne wirkliche Logik hab ich net. Aber wir müssen auch ja auch noch irgendwas machen, um... Ja, um zu hoffen, dass unser Getreide endlich mal wächst da oben. Die schöne Minecraft Musik. Irgendwie fehlt mir grad der Ton ein bisschen. Ach komm, jetzt gib mir doch einfach mal... Gib mir doch jetzt einfach mal hier... Aber wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt hier eine Fackel hinsetze, hab ich schon wieder keine Fackel mehr. Mann, du! Ich muss jetzt mal kurz hier ins Menü. Die Musik ist mir ein bisschen zu laut. Zurück zum Spiel. Jetzt kommen wir hier auf Keys, ne? Schön. Ah, da kommen wir jetzt wahrscheinlich auch wieder Richtung Wasser. Da brauchen wir hier gar nicht erst weiterzumachen. Dann machen wir mal... Dann machen wir mal hier... Na komm. Können wir hier einfach mal zumachen. Ähm... So... Dann machen wir mal hier... Machen wir hier einfach... Hier machen wir jetzt einfach dicht. Ja, damit wir hier... Wo sind wir denn... Hä? Wo bin ich denn? Die Fackel nehmen wir mit. Kosten Geld. So... Und dann gehen wir jetzt erst nochmal hoch... Und schauen mal, was unser Getreide macht. Vielleicht ist es ja mittlerweile gewachsen... Und dann fangen wir uns mal... Äh... Ein Schwein ein. Oder zwei eher. Weil... Sehr schön, es ist auch Tag. Und da ist ein Schaf. Ah... Schön. Das war noch nicht reif. Wir haben Feuersteine jetzt. Auch cool. Äh... Tun wir mal hier rein. Den lassen wir mal... Äh... Sand. Jetzt wachs halt endlich. Ohne Witz. Ähm... Dann machen wir jetzt folgendes. Wir gehen hier hin. Hauen uns erstmal das Fleisch hier rein. Hauen Kohle einmal hier unten rein. Und wenn das Fleisch dann fertig ist... Hauen wir uns dann gleich noch Sand rein. Damit wir uns Glas machen können. Weil wir wollen ja auch... Glas haben für draußen. Sehr schön. So... Und jetzt... Na komm. Sehr schön. So... Das kann jetzt erstmal hier brennen. Und... Dann bauen wir hier weiter... Unser Areal aus. Das coole ist... Oder was heißt das coole? Eigentlich das blöde ist... Ich hab irgendwie... Verrafft den Pegel von meinem Mikrofon runter zu stellen. Und dann war immer die Tonspur zu laut. Und dann hab ich einfach mal geguckt. Weil die war... Die war eigentlich voreingestellt. Der Pegel vom Mikrofon. Au. Oh. Das ist nicht gut. In die Hülle sind wir schon mal abgestürzt. Wenn ich... Wenn ich das mal kurz erwähnen darf. Aber die ist... Die ist gut. Also... Hab ich da eben grad was gesehen? Also ich bin... Ich bin ja kein Hosenscheißer, ne? Aber ich möchte jetzt nicht, dass hier irgendwas hochgerannt kommt. Und deswegen... Mach ich hier jetzt erstmal zu. Weil da unten stehen sie nämlich auch. Sehr schön. Weil dann kann ich nämlich hier endlich Eisen abbauen. Geil. Was ein... Was ein Glück, dass ich hier runtergefallen bin. Ich hab nämlich auch jetzt schon in dem Moment vergessen... Just vergessen... Was ich eigentlich grad gemacht hab. Ah genau. Ich hab Boden weggetragen. Um mein Areal zu vergrößern. Aber es ist natürlich cool, dass wir hier endlich auf Eisen stoßen. Und jede Menge Kohle. Das ist natürlich geil. So. Dann machen wir aber hier auch noch eine Fackel hin. Dass hier keine Monster spawnen. Hier. Dann nehmen wir natürlich... Schön. Also... Schon einiges an Eisen jetzt. Sehr schön. Dann wird das hier unsere Bergbauhöhle. Jetzt muss ich aber mal grad gucken. Ich bin hier runtergestürzt, ne? Hier. Dann müsste ich hier doch irgendwann in meinen Tunnel kommen. Mal schauen. Gut. Ne. Warte mal. Ja. Geil. Dann machen wir hier nämlich zu. Erstmal. Und benutzen... Den da unten. Also der, der sowieso da ist. Bevor mir hier irgendwie sinnlos... Wo sind wir hier? Ah, hier. Genau. Dann machen wir hier wieder zu. Na komm. So. Dann kommt hier ne Fackel hin. Damit ihr nix spawnt. Weil das wär jetzt nicht so nice. Und da haben wir schon mal hier unsere Hö... Was denn hier? Oh, hier geht's weiter. Ah, nicht wirklich. Also hier können wir dann auch zu machen. Hallo? Hallo? Was ist denn das jetzt? Aha. Ich war grad eben... Gefangen. Ja, machen wir hier zu. Ähm... Ja. Also extrem cool. Mensch. Und da können wir hier natürlich auch jetzt Kohle abbauen. Wie verrückt. Ist natürlich fantastisch. Da müssen wir nimmer so viel bewegen. Weil hier ist ja schon alles. Und wenn wir dann mal ne gescheite Ausrüstung haben. Was wir nämlich... Das ist nämlich jetzt der nächste Schritt, den wir tun werden. Wir werden uns jetzt ne Rüstung bauen. Wir haben ja jetzt Eisenerz gefunden. Allerdings müssen wir halt mal schauen, ob das reicht, um uns schon ne komplette... Also ne komplette Rüstung wahrscheinlich nicht. Aber... Ah, hier ist ein Loch. Ah, genau. Da wollte ich ursprünglich was machen. So, sechs Glas. Hammer. So, und dann bauen wir mal hier jetzt ein Glas rein, weil sonst zieht's. Und dann machen wir... Hier mal ein Guckloch raus. Weil wir wollen ja auch sehen... Ne? Was da draußen abgeht. Also beziehungsweise was... Ne? Ach, scheiße. Ähm, was hier passiert. Und dann kommt hier ne Fackel hin. Ist natürlich jetzt blöd, jetzt haben wir ne Scheibe kaputt gemacht. Das war jetzt natürlich sehr ungeschickt. Und dann machen wir... Du, 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 du. Ein... Toll. Ein Guckloch. Ne, warte mal. Wir machen das hier hin. Ach, jetzt... Fall doch nicht immer raus, hey. Ach so, hier wollten wir übrigens zumachen, gell? Ähm, so. Machen wir einfach mal einen Stein hin. Ist ja egal. Ähm, dann kommt hier Tropenholz hin. Und hier kommt nochmal ne Scheibe hin. Ähm, was wollten wir jetzt gerade eigentlich machen? Ah, wir wollten Eisenerz erzeugen. So. Ich produziere eher Eisen. Und wir sammeln hier unten weiter fleißig... Kohle. Und vielleicht stoßen wir dabei auch wieder auf Eisenerz. Also, wie gesagt, wir werden jetzt erstmal ne Rüstung bauen aus Eisen. Und wenn dann noch was übrig ist, dann, äh, werde ich mir ein Eisenschwert bauen. Zumal das Steinschwert jetzt auch erstmal noch reicht. Haben wir hier sonst noch was? Ne, ne? Ne, hier hab ich ja zugebaut erstmal. Okay. Ah, hier könnten wir vielleicht noch einen Stein hinbauen. Hier ist vorhin dieses komische Vieh hier runtergerankommen und hat uns getötet. Und hat uns einen Todesstoß gemacht. Oder was heißt vorhin bei der, ich glaub bei der zweiten Ausgabe oder so. Miststück. Ich sag ja, Kinder sind der Tod. Gut. So. Was macht das hier? Mhm, 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 mhm. Okay. Und dann werden wir... Hab ich noch ne Schaufel? Ja, hab ich. Und dann werden wir jetzt mal hier unter anderem auch den Boden ausheben. Weil wir wollen ja auch schön wohnen. Boah! Ach, kacke. Dann muss ich hier... Muss ich hier tiefer legen. Ich dreh gleich durch, ne? Okay. So. Er hatte ja mal ursprünglich genau in die Nische hier hatte ich ja mal ne Treppe nach unten gebaut. Das heißt, ich hab direkt unten durchgebuddelt. Auch cool. Und dann... Müssen wir hier... Jetzt noch einen Boden reinhauen. Weil ansonsten... So. Das müsste passen dann eigentlich. Ähm... Wo sind wir hier? Genau. Wir wollen einen schönen Laminar... Einen schönen Holzboden. Ups. So. Schaufel, schaufel, schaufel. Na komm. Dann machen wir erst mal hier das fertig. So. Und hier kommt dann ne Treppe runter. Also wir machen dann hier entweder ne Steintreppe oder ne Holztreppe. Na schön. So. La la la. Machen wir hier erstmal alles vom Boden hier fertig. Wo was steht. So. Und dann haben wir... Wo ist es? Hier. Ja, wir haben ja noch genug. Ich mein, hier steht ja auch überall... Tropenholz rum. Äh, la 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 la. So. Hier ist die Schaufel. Oh, ich brauch langsam was zu essen. Dann... Nehmen wir doch mal hier das Kotelett. Es wächst net. Es wächst aber. Da müssen wir... Wir müssen jetzt hier mal... Die Initiative ergreifen. Ist ja schön, dass du schon hier drin stehst. Ja, Mensch. Karl Theodor. Äh, ja. Geh weg. Vor allem, wie kommst denn du eigentlich hierher? Ja. Ja, schön. Zum Glück haben wir noch einer. Ach komm, jetzt gib mir hier ein paar Samen, hey. Komm schon. Ja. Hm. Ach, noch ein paar Samen. Sehr schön. Noch welche, oder? Ja. Wir brauchen Samen. Das freut mich. Ach ne, weil wir... Braucht ja eine Schaufel. Braucht ich hier. Ja. Das war jetzt blöd. Ja, Karl Theodor, du kannst erst mal hier bleiben. Weil... Eins, zwei, drei, vier. So. Ähm. Äh, 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 äh. Ah, ja, genau. Du bleibst jetzt erst mal da drin. Du bist mal ein neues Pony. Oder so. So. Wir haben Eisen. Sehr schön. Und da machen wir uns jetzt erst mal einen Plattenpanzer. So. Einmal. Und dann... Verdammt. Dafür reicht's nicht. Ne, halt zurück. Sehr schön. Also wir haben dann zumindest schon mal Schuhe. Und wir haben sowas. Sehr schön. Das heißt, wir haben schon mal ein bisschen Panzerung. Das freut mich. Und wir brauchen noch... Na. Wir brauchen jetzt noch geschwind hier noch eine Truhe. Das habe ich jetzt komplett vergessen. die kommt hier hin. Weil hier kommt jetzt, äh, äh, Eichen, na, Eichensetzling, Eisen, Granit, Andesit, Wolle, Diorit. Jetzt haben wir noch alles... Pflastersteine kommen hier erst mal rein. Dann haben wir Erd. Oh, ne, warte mal. Die Erde, die kommt hier runter. Die Erde brauchen wir nicht. Dann haben wir hier Erde. Wir brauchen auch kein Sand. Tropenholz. Äh, wir haben das hier. Wir haben das hier. Essen haben wir aktuell keins. Das brauchen wir noch. Und was wir definitiv noch brauchen ist das hier. Tropenholz. Perfekt. Ja, und dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Ausgabe hier von Let's Play Minecraft. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Oh, und da ist... Oh, hier. Ah, das Schaf ist hier. Das kann schon mal nicht weg. Das ist gut. Hier ist noch eins. Das loggen wir dann mit dem Getreide an. Wenn dann unser Getreide irgendwann mal hier wächst. Ja, ansonsten, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.